Und es geht wieder los. Bei Netto und Rewe habe ich heute doch tatsächlich kein Toilettenpapier mehr bekommen. Ich meine, what? Ich dachte zumindest, diese Scheiße hätten wir endlich hinter uns. Ich dachte wirklich, wir haben vom Anfang dieses Jahres gelernt. Zu dieser Zeit konnte man die Panik ja noch gewissermaßen verstehen, aber jetzt? Meine, habt ihr es immer noch nicht gecheckt? Corona ist eine Atemwegserkrankung, kein Magen-Darm-Virus. Oh man, das ist einfach schon das zweite Video über Toilettenpapier dieses Jahr. Es geht voll ab auf diesen Kanal, also abonniert gerne für weitere Toilettenpapier-Videos. Aber die traurige Realität ist, dass die Infektionszahlen wieder steigen. Merkt man eben auch daran, dass Klopapier wieder auf den Twitter-Trends trendet. Man kümmert sich ja schließlich immer um das produktivste Körperteil. Und das ist nicht bei jedem Menschen der Kopf. Was der DAX für die Wirtschaft ist, ist der Verkauf von Klopapier für Covid-19. Ein Indikator dafür, wie beschissen die Lage ist. Wobei mich interessieren würde, ob man an der Börse eigentlich in Klopapier investieren kann. Würde sich jetzt schon lohnen, denn als Barkeeper brechen mir doch die Sperrstunden gerade eh die Einnahmen weg. Nur was ich mich frage, müssten die Leute, die im März und April Klopapier gebunkert haben, nicht noch ausreichend Papier für den Hintern besitzen und keinen Bedarf haben? Oder gehört das einfach dazu zum Pandemie-Feeling? Sich ein bisschen gemütlich machen vor dem prasselnden Kaminfeuer? Sich einwickeln in Klopapier wie eine Mumie? Für Halloween bestimmt ein gutes Kostüm. Man könnte natürlich auch die These aufstellen, dass die Leute, die gerade dazu übergehen, Klopapier zu horten, auch die sein könnten, die damals leer ausgegangen sind. Man weiß es nicht, wer die Schuldigen sind. Die Angst vor zu wenig Papier für das wichtigste Geschäft zu haben, gehört wohl zu den größten Problemen, das ein Teil der Deutschen in der Pandemie erkennt. Die Deutschen fühlen sich anscheinend nur mit Masten an Klopapier sicher. Immer wenn man hört, Lockdown ist der erste Gedanke der modernen Zivilisation anscheinend, wie wische ich mir denn hinten ab? Vollkommen logisch. Aber besser als in Amerika. Dort steigen dann nur die Waffenverkäufe. Und im Herbst gibt es ja noch einen weiteren Vorteil. Denn Laub liegt notfalls genug auf der Straße. Genauso wie Kinobesitzer und Klubbetreiber. Natürlich ist das Ganze mal wieder Massenhysterie. Klopapierwitze folgen auf die ersten geposteten Bilder von Ausverkäufen. Und spätestens dann ist der Startschuss gefallen und alle rennen los aus der Angst, diesmal leer auszugehen. Wären die Hände der Deutschen doch nur so sauber wie ihre Ärsche, hätten wir mit Corona wohl kein Problem. Daher, liebe Leute, investiert das Geld lieber in Masken und setzt diese vernünftig auf, nämlich über die Nase. Und mit den Hintern bleibt ihr so gut es geht zu Hause. Wir müssen jetzt alle nochmal die Zähne zusammenbeißen oder meinetwegen die Po backen. Denn Weihnachten in Lockdown mit oben an der Beatmungsmaschine will wirklich keiner. Bleibt gesund, euer ungeschminkter Blackscreen. So, und jetzt habe ich mit Klopapier doch tatsächlich noch nicht die 8 Minuten vollbekommen. Deswegen wird das Zeit für die... Community-Ecke. Leon Weiss schreibt, bin ich dumm oder gibt es keine Community-Ecke mehr? Doch, die gibt's jetzt wieder, liebe Leon. Wenn ihr fleißig tolle Kommentare schreibt, ist diese Publik am Ende meiner Videos auf alle Fälle gesichert. Tobi Toast Let's Plays mit Geschmack schreibt zum Beispiel, bist momentan tatsächlich einer der wenigen Kanäle, die ich verfolge, bei denen man sich richtig aufs Video freut. Oh, vielen Dank. Ich wohne übrigens eine halbe Stunde Autofahrt von Hamburg entfernt. Bei Bedarf mache ich für dich eine Reportage und schaue nebenbei noch beim Penny vorbei. Danke, Tobi Toast. Das motiviert einen richtig, weitere Videos zu erstellen. Ich wollte nur mal nachfragen, wie weit du nun mit deiner Reportage schon bist und ob du beim Penny noch Klopapier bekommen hast. Wenn ja, schicke mir doch gerne ein Paket zu mir nach Regensburg. Die Bild-Zeitung wird notfalls auch zum Abwischen gehen. Dann, XGFMHK schreibt, bester Song ever, Schorle. Na dann, hören wir doch mal, was du für einen Musikgeschmack hast. Nur bei Schorle klingen bei mir schon alle Alarmglocken. Tja, also ich würde mal sagen, die Oropax-Industrie freut sich darüber. Ansonsten hoffe ich aber, dass diese Schorle bald verdunstet. Musik, die so scheiße ist, dass du froh sein kannst, dass gerade kein Klopapier verfügbar ist, um sie wegzuwischen, brauche ich nun wirklich nicht noch mehr. In diesem Sinne, Broadcast Yourself, Broadcast Together. Euer ungeschminkter Black Screen. Musik, die so scheiße ist. Musik, die so sindρώ, schie clätsisch. Musik, die so zusammen haben.